hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf die jagd nach den dicken und heute habe ich das spiel rise of kingdoms so starten spring klar so und da ist mein alter account was ist hier einmal gratis einkauf ich bin noch in der gelde drinnen schauen wir gleich mal vollbild 3 noch so 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 ok jetzt ist es weg was ist das hier ok so 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 bin ich doch nicht mehr in der allianz hat sich aufgelöst heute im bündnis voll aufgelöst es war zeit weiter so 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 Ich überlege gerade... Machen wir dann... Mache ich dann gleich eine eigene Gilde... Wo wieder nur ich alleine drin bin. Und dann... ... ... ... ... ... ... ... ... Okay. Kann ich da was bauen? Ich kann nur unwichtige Sachen bauen, wie Straße. Bündnis. Ich trete deinem ersten Bündnis bei und erhalte drei Monate die Steine. Bündnishilfe kann diese Zeit einsparen. Verbündete. Unterstützen. Bündnis. Bündnis. Hm, das Geld hätte ich. Vier Zeichen. B. D. J. Gott. Bündnis Name. B. B. D. die die men bestätigen Ankündigung der für die ist Just for fun. Okay. So, ein Fuchsadler. Reh, äh, Wolf, Brügel, noch ein Adler, Löwe, Schlange, Pferd, noch ein Reh, Drache, Drache, Feuerphönix, das sieht glaube ich aus wie ein Affe, ne? Okay, das ist Ente oder irgendwie sowas, Babyente. Mit einer Schäde, noch ein Schäde, Ziege, Muskelöser Mann, Adler, Tiger. Dann nehme ich den, könnte ja auch einen, und sein, muss ja kein Fuchs sein. Okay. Okay, jetzt sind wir bei einer neuen Gelder. Shit. Und dann geht's jetzt weiter. Ähm, was müssen wir jetzt hier machen? Wo waren die Quests, ich fahre vorhin schon mal da. Gut, halt drauf drücken, ne? Mhm, Hauptquests, Nebenquests. Das sind dann die Tagesaufgaben. Okay. 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 orth año. 쪽 långpción KI Untertitelung des ZDF, 2020 Untersuchen ... 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 Die Schilderung ist die Schilderung der Schilderung. Gut. Bis zur Zeit, Adi. Dann gehen wir jetzt wieder in der Basis rein. Betreten. Eilen. So. 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 Ich sag nur das zum Bauen. Okay. Da ist ein Papa, ey. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Okay, schaffe ich nicht. Selbstmordkommando. So, dann halt nicht. Aber wir haben den hier. Den haben wir noch ein. Da gibt es einen Punkt. Hm. Die sagt gar nichts. Die sagt gar nichts. Ist einfach nur da. Portugieser. Ein Deutscher. Keine Ahnung. Ich bin Lancelot Nulak. Night of the Round Table. Englisch. Ich bin Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. und und noch ein Römer das ist ja viele Engländer hier 1 2 3 Uwa was soll's ich soll den aufleveln im Teutoburger Wald endet deine Geschichte Teutoburger Wald, da war ich schon und Talente und 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 Die Krieg ist nur ein größer Fett. Ach, das ist der Mann. Ach, Klierau. Ach, ja. Schau mal noch mal hier. Ist immer noch unterwegs. Wie lange braucht die denn noch? Naja. Was kann ich jetzt noch machen? Fortune. Beweißerung. Hm. Okay. Und was haben wir jetzt noch hier? Quester. Kann man noch sammeln, sammeln. Sammeln. Produzieren, produzieren, produzieren. Produzieren. Der große Arzt. Ja, okay. Kommt dann gleich auch automatisch. Ich hab neun von zwanzig geholfen. Mhm. Okay. Talentierte Handwerker. Bin ich bei... Ressourcen-Gegenstände. 5 Stück benutzen. Okay. Okay, Ressourcen-Gegenstände. Zäh' das dazu. Okay. Ich zieh' das dazu. Jawohl. Jawohl. Das haben wir. Machen wir gleich. Äh. Ja. Großer Arzt. Kommt automatisch. Da ist ihm vorbei. Proviantschub, Holzschub, Steinschub. Okay. Drei Schübe. Das Proviantschub. Das ist ein Holzschub. Und das ist der Steinschub. Haben wir gemacht. Und hierzu. Was soll die noch angreifen? Großer Arzt. Komm später. Talentierte Handwerker. Da bin ich bei. Was ich schneller sammeln kann. 50% Was ich voll benutzen müssen. Bevor ich Chlo Padra losgeschickt habe. Kaufen wir. Poststation 5 Gegenstände. Station 5. Essence. Compensio. Ah. So. Das darf man 5 Stück benutzen. 5 Stück. 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 2 3 4 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 Gut, dann müssen wir gleich noch kaufen und da, fünf Sachen kaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alles, was keine Diamanten kostet, habe ich gekauft. Ja, jetzt muss ich auf Cleopatra warten. Ich glaube, ich habe Bingo. Ja. Beanspruch. Geil. Komm, mach hin. Zack, zack, zack. Ich habe doch keine Zeit. Kann ich den gleich angreifen? Was mit allen? Okay, und jetzt... Geil. 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 Jawohl, der nächste Sieg. Jetzt müssen wir Holz sammeln. Nur 10.000 nur. Tragelast. Könnte ich ja weniger machen. Nur 10.000. Da, marschieren. Okay. 10.000. Steine 7.500. Steine. Tragelast. Okay. 7.526. Und hier müssen wir jetzt nochmal alle heilen. 24 Einheiten geheilt. Achso, schon fertig gehabt. Das heilen ist schon fertig. Oder? Ja. Schon fertig. Die Bar mache ich gerade. Rekrutieren. Bin ich bei? Okay. Ach. Ich muss da noch heilen. Ja. Ja. Komm. Komm. Teine. Ich muss da noch hin. Die Bar machen. Ich muss da noch hin. Ich muss da noch hin. Ich muss da noch hin. 100 Stück und noch nicht fertig. Muss ich 200? Oh ich muss 200. Und noch mal. Bei dem muss ich dann immer noch mal 50 machen. Ja, und was machen die beiden hier? Sind gleich fertig. Auch gleich fertig. Ich muss noch mal ein paar Leute heilen. Also muss ich erstmal welche irgendwo angreifen. Ich muss noch mal ein paar Leute ausprobieren. Das ist eine große Herausforderung. Steine sind auch gleich zuhause. Und? Und? Kampf ist im Gange. Da sind die Steine. Perfekt. Die Truhe. Mitgliederbeschränkung. Was sich nicht erhöht. Erhöht die Steine. Zeit der Bündnishilfe. Lagerhauserweiterung. Vergrößert die Kapazität des Bündnislagerhauses. Das ist doch gut. Oh, ich kann nur einmal. So was für Spenden. Dass man die Spenden erhöhen kann. Also das ist die Hilfe. Bündnishilfe. Und das ist mehr Mitglieder. Boah. Wenn ich immer nur einen. Das waren jetzt zu 1000. Na 100. Spendepunkte. Boah. Ah, eine halbe Stunde. Brauche ich mal für eine Spende. Das wird bestimmt gestackt. Und wenn ich morgen spielen würde. Könnte ich mehr spenden. Bündnishilfe. Jetzt nur einmal. Denk ich mal so. Okay. Dann war das Ganze. Wir müssen jetzt nur noch die Stadt betreten. Die müssen geheilt werden. Der große Arzt ist fertig. Jetzt heißt es nur noch hier. Einheiten produzieren. Helfen geht nicht. Und das kann man ja auch mal schnell. Beschleunigen. Verwenden. 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 So. Jetzt haben wir den einen auch fertig. So Leute. Ich würde mal sagen, das war es für heute. Das hier dauert ja noch etwas länger. Aber dann bin ich fertig. Dann habe ich meine letzte Truhe. Also. Dankeschön fürs Zuschauen. Das Spiel erst mal verlassen. Ich darf es nicht verlassen. Ach. Bestätigen. So. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.